Ich eröffne die Ziehung der Lotto-Gewinnzahlen für die 49. Ausspielung des deutschen Lotto-Blocks. Es ist jetzt 14 Uhr und 6 Uhr. 49 nummerierte Tischtennisbälle rotieren an jedem Sonntag in einer Trommel. Alle vier Wochen wechselt der Schauplatz und im Dezember sind es die Stuttgarter, die das verwirrende Spiel Fortunas gebannt verfolgen. Lottoziehung. Menschenhand ist hier nur noch zu dem Zweck im Spiel, um dem Zufall den Weg freizugeben. Dem Zufall, der darüber entscheidet, ob man einen Gewinn einheimsen oder in die Röhre gucken wird. Das ist die erste von sechs Zahlen, die eine sechsstellige Summe bringen können. Sie gilt aber erst, wenn sie von einem vereidigten Notar bestätigt wird. Dann wird es auch Zeit, die erste gezogene Zahl mit dem Lottoschein zu vergleichen. Enttäuschung oder Hoffnung nehmen ihren Lauf. Man kann es mit Fassung tragen und sich auf die nächste Woche vertrösten. Wer Fortunas Entscheidung direkt am Ort der Handlung erfahren möchte, hat dann einen Vorsprung von etwa fünf Stunden gegenüber dem, der auf die herkömmlichen Nachrichtenmittel angewiesen ist. Jede Ziehung ist öffentlich und das Entstehen der Zahlenreihe ist für jeden leicht durchschaubar. Immerhin noch sind fünf Richtige drin. Jetzt sind es für manchen allerdings nur noch vier. Gegenbewegung und Zentrifugalkraft machen manchen Strich durch voreilige Spekulationen. Die Zwischenbilanz steht deutlich an die Wand geschrieben und die Reihe der Gewinnbälle, die diesmal Schicksal spielten, macht Soll und Haben perfekt. Wenige Minuten nachdem die letzte Kugel gerollt, die letzte Zahl ermittelt ist, geht das Ergebnis über Fernschreiber direkt nach Hamburg in die Lottozentrale. In Stuttgart aber muss die Gewinnermittlung und Auswertung vorbereitet werden. In einer Druckerei entstehen die Schablonen, die auf einen Blick das richtige Kreuz auf der richtigen Zahl erkennen lassen. Die richtige Schablone, das ist keine Schwarzkünftelei, wenn es in der Druckerei auch manchmal danach aussieht. Die Schablonen bestehen aus bedruckten Kunststofffolien genau in der Größe des Lottoscheins. 1000 Folien für die baden-württembergische Auswertung müssen auf diese Weise in wenigen Stunden bedruckt werden. Dort, wo keine Druckerschwärze ist, muss das Gewinnkreuz auf dem darunterliegenden Schein erkennbar sein. Das ist ein gewinnbringendes Zeichen, aber noch keine klingende Münze. Die rückt erst dann in greifbare Nähe, wenn der Lottoschein auch dem Zelluloid eines Mikrofilms statthält. Einen Tag vor der Ziehung sind alle Lottozettel des Landes, das sind etwa eine Million wöchentlich, auf einen Mikrofilm gebannt worden. Jede der neun vollautomatischen Kameras vermag in einer Stunde die Vor- und Rückseiten von 18.000 Lottoscheinen zu filmen. Wie gesagt, das geschieht bereits am Samstag vor der Ziehung, wenn noch niemand die richtigen Zahlen kennt. Am Montagmorgen dagegen sind die Zahlen bekannt. Hier in der Lottozentrale kennt man nur noch nicht die Gewinner. 700 Hilfskräfte sind Woche für Woche damit beschäftigt, jeden Schein zu begutachten. Das ist ein wahres Kreuz, denn Schein für Schein muss bei der Vorauswertung durch die Brille einer bedruckten Folie betrachtet werden. Konzentration. Schließlich geht es um mehrstellige Summen. Ein Angestellter wacht darüber, dass sich niemand ablenken lässt oder anderer ablenkt. Kein lautes Wort, kein Scherz. Die selbe Konzentration herrscht bei der letzten Kontrolle, beim Vergleich mit dem Mikrofilm. Erst wenn es auch auf der Mattscheibe stimmt, das heißt, wenn das richtige Kreuz schon zu Zeiten der Filmaufnahme an der richtigen Stelle war, wird es für den Gewinner den richtigen Zahltag geben. Also, wir versuchen, die Köln der 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 Köln